Präsident Biden hat Trumps Mauerbau gestoppt. Doch die Migrantenkrise lässt Texas nun auf eigene Faust Fakten schaffen. Der Bundesstaat baut nun seine eigene Grenzmauer. Alison Lee von NTD mit den Details. Ich werde nächste Woche den Plan für den Bundesstaat Texas bekannt geben, mit dem Bau der Grenzmauer in Texas zu beginnen. Texas-Gouverneur Greg Abbott kündigte letzten Donnerstag eine Reihe von Maßnahmen zur Bewältigung der Grenzkrise an. Unter anderem soll eine Taskforce aufgestellt werden, bestehend aus Regierungsmitgliedern auf bundesstaatlicher Ebene. Unter anderem soll sich die Taskforce um die Belange der texanischen Landbesitzer kümmern, die aufgrund der illegalen Grenzübergänge Schäden erlitten haben. Die Taskforce des Gouverneurs wird den Landbesitzern dabei helfen, Schadensersatz von der Bundesregierung zu fordern für die Schäden, die durch die Bundesregierung verursacht wurden. Und Texas soll dabei nicht allein stehen. Abbott ruft andere Bundesstaaten auf zu helfen, denn die Migrantenkrise gehe alle Staaten etwas an. Der Gouverneur von Arizona, Ducey, und ich berufen uns auf ein zwischenstaatliches Abkommen, das es Bundesstaaten ermöglicht, sich in Zeiten von Katastrophen und Notfällen gegenseitig zu helfen. Wir rufen andere Bundesstaaten auf, Verstärkung zu schicken. Zur Bewältigung der Krise wurden zudem Finanzmittel in Höhe von einer Milliarde Dollar bewilligt. Außerdem wird die texanische Strafverfolgungsbehörde jeden festnehmen, der den Bundesstaat illegal betritt. Abbott sagt, sein Staat wird nicht tatendos zusehen, wie die Krise überhand nimmt. Die Krise an der US-Grenze. Nicht nur die Texaner, auch Guatemalas Präsident Alejandro Chiamatay macht US-Präsidenten Joe Biden dafür verantwortlich. Die Krise macht sich an einer Lücke an der Grenzmauer in Arizona bemerkbar. Sie ist mittlerweile zum Magnetpunkt illegaler Migranten geworden. In einem Gespräch mit Fox News hat Guatemalas Präsident auf die Nebenwirkungen von Bidens Migrationspolitik hingewiesen, insbesondere der Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen. Weil sie dort drüben gesagt haben, dass sie die Familienzusammenführung fördern, kamen die Koyoten und schleppten die Kinder und die Jugendlichen in die USA. Mit Koyoten meint Chiamatay Menschenschmuggler. Gleichzeitig ist eine Lücke entlang der Grenzmauer in der Wüste von Arizona mittlerweile zum Anziehungspunkt für illegale Grenzübergänger geworden. Menschen aus vielen Ländern wie Honduras, Brasilien, Haiti und Kuba überqueren die Grenze im Sektor Juma in Arizona. Alison Lee, Antony News.